So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe für diese Woche, nämlich eliminiere Gegner mit mindestens, mindestens seltenen Waffen. So, ich habe euch hier mal alles zusammengesucht, nämlich gewöhnlich wäre zu schlecht. Also mit grauen Waffen keine Kills machen, was das betrifft. Dann ungewöhnlich ist immer noch nicht selten, also auch damit zählt das Ganze nicht. Ab blau, ab blauer Stufe kann man dann Kills machen, davon müssen wir ja drei Stück machen. Und da würde ich sagen, ist eigentlich ziemlich simpel, weil eine blaue Waffe findet man schon. Dann haben wir natürlich noch die epische und natürlich auch die legendäre Waffe. Die legendäre will natürlich jeder haben, aber ich bin jetzt selber Gruppenkeile gerade. Und da habe ich sie jetzt aus der fütten Vorratskiste dann endlich mal gefunden, damit ich euch das hier zeigen kann, wie die ganzen Stufen sind. Es gibt natürlich auch noch mythisch, aber ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir derzeit keine mythischen Waffen drin. Aber wie gesagt, hier diese drei Waffenarten zählen. Also einmal blau, einmal lila. Leute, ich weiß noch nicht mehr, wie lila heißt. Und natürlich legendär, also dieses gelb. Die drei Sachen zählen. Wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, lasst natürlich gerne auf dem Video ein Like da. Und wundert euch nicht, warum ich die Aufgabe schon habe, beziehungsweise euch sagen kann, es ist einfach da. Einige haben halt doch das Glück gehabt und konnten Gebäude in Brand setzen. Ich gehöre leider nicht dazu. Nämlich, wenn wir jetzt mal gerade gucken. Ich hänge hier immer noch fest. Ich habe gerade hier in der Runde nochmal ein Hausalm gezündet. Aber die Aufgabe will einfach nicht zählen. Aber so habt ihr schon mal, wenn der ein oder andere soweit ist. Wie gesagt, entweder mit einfach mit nochmal blau, lila oder halt gelb. Damit einfach drei Kills machen. Oder egal welche, auf jeden Fall drei Kills mit mindestens blau. Also grau und grün zählt halt nicht. Ich hoffe, ich konnte euch halt weiterhelfen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch natürlich viel Spaß beim Leveln. Welches Level haben wir jetzt gerade? 113, natürlich will ich jetzt auch 130 haben und danach 150, um die ganzen Skins freizuschalten, beziehungsweise die Stile. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Aufgabe oder auch beim nächsten Infovideo. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß und haut rein.